Der älteste Mensch der Welt, die Japanerin Kane Tanaka, ist im Alter von 119 Jahren gestorben. Wie die Lokalregierung ihrer südwestlichen Japan gelegenen Heimatstadt Fukuoka am Montag bekannt gab, starb Tanaka bereits am 19. April. Nach Angaben der Gerontology Research Group ist nun die Französin Lucille Rondon mit 118 Jahren und 73 Tagen der älteste Mensch der Welt. Tanaka war am 2. Jänner 1903 als siebentes Kind zur Welt gekommen. Insgesamt waren es acht Geschwister. Auf die Frage nach dem Geheimnis für ihr langes Leben nannte sie den Verzehr schmackhaften Essens und Lernen. Zu ihren Lieblingsspeisen zählte Schokolade. Tanaka hatte selbst im biblischen Alter noch eine große Leidenschaft für Mathematik und das Brettspiel Othello. Sie stand laut Medien um 6 Uhr auf und ging erst gegen 21 Uhr ins Bett. Der nunmehr älteste Mensch, die französische Ordensfrau André, lebt laut Katpress in einem Seniorenheim in Toulon am Mittelmeer und überstand im Jänner 2021 auch eine Covid-19-Infektion. Geboren am 11. Februar 1904 im südfranzösischen All als Lucille Rondon, hat Schwester André drei französische Republiken erlebt, zehn Päpste und die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg. 1944 trat sie in Paris als Novizin in den Orden der Vincentinerinnen ein. Seit 2009 lebt Schwester André im Heim, berichtete Katpress weiter. Sie sei erblindet und sitze im Rollstuhl. Sie hat viele Kriege und Katastrophen erlebt und beklagt statt eigener körperlicher Beschwernisse, vor allem, dass die Menschen nicht in Eintracht leben können. In einem Interview zu ihrem 115. Geburtstag berichtete sie über ihre 2018 gestorbene Zwillingsschwester. Sie ruft mich, sie zieht mich, beten sie für mich, dass der gute Gott mich nicht mehr zu lange warten lässt. Er übertreibt.